Hallo ihr Lieben! Erstmal ein ganz fettes Danke an die positive Resonanz für letztes Mal für meinen Kanal-Trailer. Danke, dass ihr das positiv bewertet habt und auch in den Facebook-Gruppen. Und ja, ganz fett! Danke, danke, danke! So, jetzt möchte ich aber noch eine kleine Vorankündigung machen für alle, die mich kennen oder auch nicht, noch nicht kennen. Ich mache ja Reise-Videos und Ausflugs-Videos und die kommenden Tage möchte ich meinen Kanal besser erweitern. Das heißt, diese Außenaufnahmen und auch die Dia-Shows, die ihr von mir gewöhnt seid, die bleiben weiterhin bestehen. Lediglich wird mein Kanal ein bisschen komplettiert mit Reisetipps, die ich dann gebe. Und in den nächsten Tagen erfolgt dann auch schon mein erstes Video, da geht es um Mailand. Mailand ist ja nicht nur zum Einkaufen super, sondern die Stadt hat ja auch viel mehr zu bieten. Und wenn es euch dann gefällt, dann dürft ihr das in den Kommentaren reinschreiben, dann folgen wir auch noch weitere. Ich bin ja im September, bin ich in der Toskana, in Ligurien. Dann werde ich natürlich den Turm von Pisa sehen, die Cinque Terre. Und da freue ich mich schon ganz, ganz arg drauf, euch dann auch wieder mit Filmen und Fotomaterial bedienen zu können. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch einschaltet. Und vielleicht gefällt es euch ja. Und ja, in diesem Sinne, Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!